Hallo Leute, hier bin ich wieder und ich spiel Stander nochmal. Diesmal ganz im Dunkeln, also es ist, ähm, ich glaub elf. Ich fahr mit Herzer diesmal, also es ist noch schlimmer. Und, ähm, mein Herz schlägt jetzt schon richtig schnell. Und ja, ich hab eine gute Idee, wie ich das Ganze hier anfangen werde. Da ich hier eh noch ins Haus gehen muss, würde ich sagen, ich mach das gleich am Anfang. Was Lander einem bei der ersten Seite, also wenn man die erste Seite erst hat, dann fängt er einen an zu stalken. Ja, und deswegen geh ich erstmal ins Haus rein und werd mir die Seite da schnappen. Weil ich geh wirklich ungern ins Haus. Da ich meistens dann nicht rauskomme, weil er dann im Weg ist und die kriegt da auch Angst. Nehmt mir das nicht über, wenn das jetzt ein bisschen langweilig wird, aber wir laufen da jetzt schnell hin. Wenn ich es finde und ich werd die anderen Seiten jetzt einfach alle in Ruhe lassen. Ja, und ich hoffe wir finden das Haus jetzt mal ein bisschen schneller. Mitte, Haus. Können es mal bitte hier sein irgendwo? Ich folge jetzt einfach den breiten Wegen, weil dann kommen wir eh irgendwann da ran. Hoffentlich. Und vielleicht geht es einfach durch. Soll ich durchgehen? Ne, ich folge dem Weg. Es ist leichter, danke ich mal. Und eigentlich sollte er jetzt nicht kommen. Also ich hoffe es. Ich hab's noch nie ausprobiert mit dem Haus. Also da als erstes rein zu gehen. Aber ich denke... Oh, hier sind schon diese Öltanker-Viecher. Eher. Aber ich denke es sollte funktionieren, wenn man da zuerst reingeht. Weil ich geh da wirklich ungern rein. Lauf mal ein bisschen. Komm schon, lauf! Okay. Irgendwie ist sie ja namenlos, ne? Ach, mir fällt doch grad kein guter Name für sie ein. Okay, da ist das Haus. Haus. Und ich hab Angst. Ich weiß auch eh nicht, warum ich das spiele, weil ich echt Angst hab. Wo ist der? Ich sag's zum tausendsten Mal. Und dieser komische Fehler mit den Bäumen, die dann leuchten. Äh, oder eher schwarz sind. Ist immer noch da. Ein geiler Scheiß. Okay. Das Haus. Hallo. Warum steht man her so schnell? Oh Gott, ich höre ja alles richtig laut hier. An umgekippt das Stuhl. What the... Oh, warum hab ich nur mit Headsets? Okay, hier ist keine Seite. Dann laufen wir schnell zurück und schnappen uns dann irgendwann die andere Seite. Hoffentlich. Okay, hier ist ein Eingang. Ach du Scheiße. Ja, hier ist eine Seite. Gut. Ja, schnapp sie dir. Page 1. Yay. Raus aus dem Haus. Und einfach nur weg. Dankeschön. Gut. Müssen wir erstmal nicht mal zu Hause, weil ich weiß nicht, ob da wirklich nur eine Seite im Haus ist oder... ob da mehrere sind. Auf jeden Fall ist hier... What? Ach so, der Tunnel. Genau, der Tunnel. Da war ich in den letzten Part, glaube ich, gar nicht drinnen. Ja, gehen wir da jetzt mal rein. Juhu. Wie sehr ich mich freue. Ist denn das schön? Bist du drinnen? Nein, hier ist auch schon gleich die erste Seite. Geil. Also die zweite, meine ich. Wow. Ich weiß nicht, wie lange ich schon spiele, aber ich hab schon zwei Seiten. Das ist voll cool. Okay. Vielleicht schaffen wir ja ein paar mehr. Das wäre schon ziemlich geil, ne? Wenn es dann halt in uns in Ruhe lässt. Was ich hoffe. Lauf ich eigentlich gerade... Ja, ich soll hier nicht lang laufen. Lieber andere Seite. Genau, hier lang. Und ich hab den Nebel nicht ausgemacht. Scheiße. Ich wollte ihn doch noch ausmachen. Egal, dann laufen wir halt im Nebel lang. Das ist doch schön atmosphärisch. Und... Ich hoffe, ihr seht was. Das Problem ist, mit dem Nebel sehe ich nicht so gut den Slenderman. Und das ist dann ziemlich scheiße. Ich bin gerade irgendwie so... Gar nicht fixiert auf das Spiel. Ich konzentriere mich nicht so wirklich, nur das ist schlecht. Ich sollte mich mehr auf die Umgebung konzentrieren. Weil wenn er hier auf einmal steht, dann überrascht es mich noch mehr. Juhu. Hallo Nebel, gehst bitte weg. Danke. Uff. Ich mach kurz ein bisschen den Sound leiser. Dankeschön. Ich hätte gerne eine dritte Seite, wenn ich haben darf. Bitte. Ja? Ich weiß auch gerade gar nicht, wie laut ich rede war. Weil, du wisst ja, ne? Hm. Oh, da war wir letztens auch nicht. Und ist da auch eine Seite? Wer müsste eigentlich sein? Ja. Die nächste Seite. Da haben wir schon drei. Wow. Wie schnell geht denn das hier? Ich tue mich dann aber nicht, mich umzudrehen. Also laufen wir einmal rum, oder? Ich weiß nicht. Doch, ich drehe mich um, auch wenn mein Herz gerade richtig still schlägt. Nein, er ist da. Er ist da. Okay, 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 okay. Ich hab's verstanden. Machen wir kurz das Licht aus. Nein, dann sehe ich nichts mehr. Scheiße. Aber er rennt mir hinterher, ne? Wow. Nein. Okay. Ich kann nicht schreien. Ich mache eine Woo. Ich weiß gerade nicht, wie lange ich renne. Bin nicht gegen Sound. Uhu. Nein, besser als schreien, ne? Aber ich... Aha. Nee. Ey, wachst mich immer so. Dieser kleine, böse Penner. Und mein Herz geht voll ab. Naja, okay. Ich glaub, das dürfte gleich schon vorbei sein, die Runde. Dann ist es halt kurz. Ist mir egal. Ich bin halt nicht so gut in dem Spiel. Lasst mich. Ich hab halt so tolle Angst. Ich bin auch nur ein kleines Mädchen, das hier gerade im Dunkeln sitzt. Und dieses scheiß Spiel spielt. Nein, das ist nicht scheiße, aber... Ah. Und das ist wieder der Tunnel. Und jetzt will ich noch leiser machen. Ich mach ihn mal leiser. Ja, ich hatte es nämlich vorhin richtig laut. Und deswegen hab ich mich so doll erschrocken, als es schon gegangen ist. Hm. Und nein, ich werd mich jetzt nicht umdrehen. Weil mein Bein schon anfängt zu wackeln. So, also... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das fängt an zu... Ich glaub, das ist so ein Angst. Wenn man so nervös ist, dann wackelt das doch so komisch rum. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre sehr nett. Okay. Ein bisschen laufen. Ne, ich hab Angst beim Laufen, dass auf einmal da ist. Ich weiß ja nicht, wo lang ich laufen soll. Das ist das Problemchen. Ich sag mal hier lang, ne? Nein. Nein, nein. Nicht gut. Okay, dann gehen wir hier lang. Ist doch kein Problem. Wenn's da nicht geht, dann gehen wir halt hier hin. Oh Gott. Könntest du bitte abhauen? Kleiner. Ich find das nicht sehr sozial. Was willst du eigentlich von mir? Ich weiß gar nicht, wie alt wir hier eigentlich sind. Vielleicht ist er wirklich ein kleiner Pedo. Möchte uns einfach nur vergewaltigen, was weiß ich. Oh Gott. Lass uns bloß in Ruhe, Kleiner. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Außer, dass da Zaun ist! Nein! Ah, hallo Wagen. Hast du was für uns? Eigentlich schon, ne? Ich weiß gerade nicht, welche Seite. Hier vielleicht? Und? 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 Nein, nein, nein. Falsche Seite, falsche Seite. Okay, 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 dann nicht. Ist schon gut. Dann nehm ich die Seite eben nicht. Wenn ich's nicht darf, dann lass ich's halt sein, ne? Slender. Obwohl ich sie schon gerne haben möchte, aber ich komm grad nicht ran. Dreck Sting, ey, Dreck Sting. Könntest du bitte auf, für mich so zu verfolgen? Das find ich nicht so nett. Und komm ich hier durch? Ich pass da durch. Danke. Ja. Okay, gut. Okay, gut. Ah, sind wieder an zu... Äh... Abspackung, Abspackung, Abspackung. Oh, irgendwie will ich jetzt schon sterben. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Ich will mich nicht mehr gruseln. Nein, das Zaun. Nein. Und Nebel, warum hab ich dich nicht weggemacht? Es hat doch... Es hat doch eben abgespackt, ne? Oder? Ja, es spackt ein bisschen doll ab. Dann dreh ich mich halt wieder um. Ich hasse es, ey. Oh, das ist immer so ein Hin und Her bei ihm. Er kann sich nie entscheiden. Arschkeks. Ach, das fügt jetzt einfach aus. Ich weiß nicht, warum. Äh, die Bäume weisen mir einfach zum Weg, ne? Die braven Bäume. Ah. Oh Gott, jetzt spür ich irgendwas in meinem Hinterkopf. Ich hab Angst. Äh. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Slender, töte mich. Oder was weiß ich, was du mit dir machst. Tötest du sie oder machst du was anderes, hä? Das Zaun. Nein. Warum laufe ich immer am Zaun lang? Ach, ich bin so schlecht. Okay. Ah, wo ist er denn nur hin, der kleine Arschi? Ah. Okay, es ist grad nicht wirklich spannend, weil ich wieder die ganze Zeit nur irgendwie hin und herlaufe wegen diesem Arsch. Also ich würde das Netz finden, wenn er mal irgendwie verschwinden könnte. Wie viele habe ich denn? Ich hab drei, ne? Drei ist auch nicht wirklich gut. Ich hätte gerne vier. Mit vier fühle ich mich besser und wohler. Licht aus. Uh! Ey, das war... Hallo, das war asozial. Warum einfach... Ne, das war richtig scheiße. Hallo? Der ist auf einmal vor mir. Da könnte ich ihn mal abhauen. Ne, das fand ich echt scheiße von dir. Ne. Na ja, ich kann das nicht schon.